Bitte, Schwestern, Brüder, bitte, 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 hört genau zu. Allah wird an Jomel Qiyama einer seiner Diener fragen, ja Abdi, was hast du gemacht, als die Menschen Sünden gemacht haben? Wieso hast du ihnen das nicht verboten? Warum hast du ihnen das nicht schlecht geredet? Warum hast du ihnen das nicht klar gemacht, dass es falsch ist? Guckt mal, was Allah fragen wird. Ja Abdi, als du gesehen hast, dass die Menschen, mit denen du warst, wo du warst, mit wem du warst, Schlechtes gemacht haben. Shishaba, Alkohol, Kiffen, Freundin, Beleidigen, Lügen, Betrügen, Nackt, jetzt kommt der Sommer, Nackt, Blicke nicht senken, Musik hören, Schlecht mit Eltern, kein Gebet, Fastenbrechen und, 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 und. Warum hast du nie was gesagt zu den Menschen? Warum hast du zu deinen Geschwistern im Glauben nie gesagt, dass das falsch ist? Warum hast du sie nicht ermahnt? Warum hast du das nicht klargestellt? Und Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, sagte, wenn Allah erlaubt hätte, dass dieser Mann, den Allah gerade befragt, die richtige Antwort gibt, weil man kann ja nicht darauf antworten. Was findest du denn darauf antworten? Wie damals, wenn man Unsinn gemacht hat und deine Eltern dich erwischt haben, die fragen, warum hast du das gemacht? Und wenn Allah erlaubt hätte, dass er die richtige Antwort gibt, dann wäre es, mein Herr, ich hatte die Hoffnung an dich, ich habe gehofft an dir und ich hatte Angst vor dem Menschen. Guck mal, das ist die einzige richtige Antwort, sagt der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wenn Allah erlaubt hätte, dass er ihm das sagt. Aber er hat es ja nicht gesagt, weil, was soll man sagen? Aber das wäre die richtige Antwort gewesen. Und selbst dies, sehr, sehr tadelnd. Mein Herr, ich habe die Hoffnung an dich gehabt und ich hatte Angst vor dem Menschen.